Also Eisenach und Gotha? Vielleicht. Da wollen wir doch das Jahr ab. Nur eins? Ginge aber wer will denn nur eine Provinz haben? Obwohl, warte mal. Ach nee. Ach nee. Ich wollte also entweder noch ein Jahr oder... Ein Jahr kann man noch warten. Du bist mal nach Aschaffenburg. Ne, du bist mal in Aschaffenburg. Du bist mal nach Würzburg. Ich bin kein Engländer. Naja. Es sind Engländer, die sagen, dass sie kein Engländer sind. Auf Deutsch. Kennt man. Oh Mann. Moment. Ich bin nicht am Truppenlimit. Muss ich dann auch mal korrigieren. Aber erstmal muss ich hier noch Krieg gewinnen. Was heißt, Thüringen hat noch Truppen? Oh, Thüringen hat noch Truppen. Ich habe das Drillen hier wieder angefangen. Sehr gut. Was soll schon schief gehen? Passt schon. Einfach mal Drillen. Am besten gleich mit beiden. Ein bisschen aufpassen. Dass hier gleich Truppen vorbeilaufen und meine Truppen. Ulm wird von Thüringen. Ach, was soll denn das jetzt? Bamberg. Ich muss diese ganzen scheiß kleinen Länder hier mal wegbekommen. Hier ständig Truppen. Oh, jetzt hier die großen Länder, die Truppen verkaufen. So glaubst du mir nicht. Was laberst du da? Wie kommst du darauf, dass ich das nicht glaube? Diese verdammten Länder hier schon wieder. Können wir mal aufhören, Truppen zu verkaufen. Mach ich doch auch nicht. Primär, weil ich es mir nicht erlauben kann. Aber das ist nicht das Argument. Kein Argument. Was willst du du jetzt? Ja, nee. Lass mal. Ah, das gibt jetzt. Ah, das ist jetzt. Das gibt jetzt harte. Ja, Idee des Bündnisses. Fick dich doch. Das Bündnis war eh scheiße. So halt die Schnauze Thüringen. Ich hätte das Bündnis früher aufkündigen müssen. Aber ich kann mich jetzt nicht auch noch mit Bamberg allein anlegen. Also nicht. Nee, das geht grad nicht. Egal. Ich muss danach eh erstmal wieder ein paar Jährchen keinen Krieg führen. Äh. Ist ja schon drum. Hab ich nie aufgepasst, Junge. Der Stresst hier schon wieder. Ne, ich hab 7... Ist immer noch 97. Könnte bei der Gelegenheit schon mal neu. Das Bündnis suchen. Ja. Wildball war eh so ein bisschen scheiße. So. Jetzt hab ich's gesagt. Äh. Elsass. War der nicht irgendwie mal größer? Worms? Preisgau. Hm. Genüge mich nicht mehr. Kempten. Okay. Auch nicht mehr. Ähm. Wo nehme ich jetzt den guten Verbündeten her? Wie wärst du mit dem Nordgau? Sieht da so die theoretische Chance aus? Nein. Schwierig. Äh. Was hat er da noch so? Lausitz? Köln? Köln mag mich. Ja. Machen wir hier Beziehung verbessern. Ah. Gut. Äh. Warum sind die Rebellen? Billsteinsche Nationalisten? Wo kommen die denn jetzt her? Apropos herkommen. Ist da unten nicht alles noch besetzt? Ja. Der Fuck. Was machen meine Verbündeten schon wieder? Tübingen. Warum lässt du dir alles da unten erobern? Ja. Ist irgendwie behindert. Das ist die KI natürlich nicht hinter dem Kopf. Ach. Ich wollte mich doch. Ich troll mich doch jetzt langsam echt mal hier. Ach. Ihr trollt mich doch. Das ganze Spiel. Es trollt mich einfach nur. Ist der Wahnsinn. Es ist der Wahnsinn. Es ist der Wahnsinn. Das kann nicht besetzt. Das ist noch besetzt. Äh. Naja. Scheiße. Auf die Hingabe war auch kein Mensch. So kann es ja langsam mal rum sein. Das wäre ganz geil. Thüringen hat noch Truppen. Ne. Das ist Hessen. Äh. Thüringen hat auch noch Truppen. Das ist Hessen. 8000. Die Eiern da irgendwo rum. Oh. Wildberg verschwindet jetzt glaube ich gleich von der Karte. Habe ich das Gefühl. Ich finde die Ansprüche auf Bannberg sind ja auch gar nicht. Ah. Wie sieht es denn jetzt aus? Ach komm schon. 4 ist zu viel. Das ist 1 und zu viel. Es ist doch alles nicht wahr. Boah. Diese aggressive Expansion macht ein Jahr wahnsinnig. Noch ein Jahr Krieg führen. Wann habe ich den Krieg angefangen? 95. Ich bekäme mich denn da. Minus 96. Minus 50. Ich bin mir nicht sicher ob noch ein Jahr reicht. Ich bin mir nicht sicher ob noch ein Jahr reicht. Warte mal. Wer macht denn da Probleme? Gehlenhausen und Hessen. Gehlenhausen und Hessen. Gehlenhausen und Hessen solle kein Problem sein. Aber Hessen war. Hessen hat 50. Unter 50 schließen sich glaube ich nicht an Gehlenhausen. Obwohl es wieder da ist. Gehlenhausen. Schwierig. Ich glaube das wird wieder... Das ist doch alles nicht wahr. Ich kriege halt echt nur eine verschissene Provinz wieder. Nein. Ich kriege zwei. Okay. Könnte ich vielleicht hier auch schauen? Nee. Nee. So gar nicht. Aber hey. Zwei Provinzen. Drei? Drei? Nein. Zwei Provinzen. Zwei Provinzen. Naja. haben wir wenigstens ein bisschen was. Sagt den Frauen im Museum ein kleines Ding zu kriegen. Naja. 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 Uff. Gut. Ähm. Ich habe einen Haufen Prestige verloren. Und Reparation minus 1. Weil wegen Wildberg. Und ich brauche neun Verbündeten. Zum Beispiel Köln. Köln ist halt eine große Nation. Ist auch noch schön weit weg. ich kann also hier wunderbar weiter irgendwie ich weiß nicht wo ich hin expandiere aber irgendwie kann ich die projektion plus 2 ach so wegen kein unterschied das wird auch nichts monkey ist gegangen vermutlich mal sehen wir einfach die leute deck beleidigen wenn sie kommen dann gehen sie auch gleich wieder ein tipp viele machen das falsche sind erst mal netze den menschen aber dann bleiben wir mal gleich direkt unfreundlich zu gewinnen leuten ist gehen sie gleich wieder und erkennt den vorteil ich hätte natürlich auch noch einen dritten was allen schwierig kriegen diese kleinen länder als auch also im kriegigen ort daraufhin ja ganz gut wobei ich hoffe einfach mal dass böhm nicht rüberkommt das böhm ist mir unheimlich auch dieses bündnis mit laus sitzt das halt auch mal was soll denn das auch ist überhaupt ein richtiges stadtding ist das nicht noch so ne das sind alle irgendwie verschwunden diese ganzen herr dänemark ist oben ja auch noch ich bin so winzig klein da unten weißt du ach ja ich möchte doch nur existieren ich habe keine 170 ducaten hier papst spricht mal jemand heilig das passt schon zwei provinden also fürst im krieg bis am limit einer erschöpfung deiner verbündeten und dann kriegst du halt zwei provinzen mit brek hat noch eine provinz das verbündeten 95 ja geil ich mache den delphine bin das mal auf 1000 oder so einfach mal auf 1000 bringen die haben jetzt so viel einfluss aber andererseits Jetzt haben wir einfach zu viel Einfluss Ich kann Hersfeld nicht mehr für Anspruch haben Ich weiß nicht mal, wo Hersfeld ist Achso, da oben, das war Hessen Oh, Hessen ist auch ein neues schönes Ziel Wenn ich jetzt nicht Wow Du bekommst keinen Meter vorwärts Oh, Bamberg Gewinnt wieder an Macht Kannst du dich nochmal gegen Polen oder so Krieg führen? Das wäre ganz geil Was macht Polen überhaupt so? Polt so vor sich hin Ungarn Ich glaube Ungarn kommt nicht mehr Sizilien Kommt das denn jetzt her? Ist das das frühe Preußen? Nummer 2 unter den Großmächten Leck mich doch am Arsch Vor allem Inis Ackheim Ach du Scheiße Diese Namen Diese Namen Wie habe ich jetzt alle Beziehungen verbessert? Ich sollte mir das mal besser merken Besser wie heißt Das wäre eine Verbesserung Oh Gott Ich höre schon auf Ist das irgendeine Form von irgendwas? Nein Es ist Es ist Ein Tintenklecks Ich bin immer woanders Krieg führen Bitte Das muss doch nicht unbedingt da Bei meinen Truppen sein Worms kann mich mal nur Arsch lecken Weil es so hochwertig ist Gülle für euch oder was Stehe ich nicht an Thüringen Neue Ansprüche Ich glaube Thüringen hat jetzt auch langsam Oh Mainz Weißt du Will mich Ich muss Mainz zerschlagen Das geht so nicht Wow Hier stehen schon Zu der Zeit Schon so viele Truppen Oh Gott Wird mir ja gar nicht Egal Ich habe jetzt Köln als Freund Das wird mir jetzt beim Angriff Erstmal noch Oh egal Hat auch noch 45 Lange nicht unterstützen Aber Das ist ja nicht so wichtig So mal kurz nach der Aufnahme gucken Ne Notwarn Das läuft eigentlich los Gut Provinzen ausbauen Was haben wir denn da so Wind sein Und Toner Das habe ich gleich So Overglamme ausbauen Da mal Wirst du mich irgendwie Ich bräuchte noch einen neuen Staat Wie war es denn damit mal Oh da Ich muss als nächstes Hessen angreifen Hm Gerade schwierig Wobei Hessen selbst Hm Also mal 60.000 Zu dem Zeitpunkt schon Weck mich Ich sollte nur noch auf sehr leicht spielen Wer ist denn dafür Dass ich ab sofort noch auf sehr leicht spiel Bitte mal den Chat posten Das ist doch nicht so anspruchsvoll 4.000 Was ist denn da Lehne ich doch nicht ab Bei 4.000 Moment Warum 46 Warum sind das bei denen Alle so Ich verstehe nicht Was habe ich getan Achso ich habe das Bündnis In Erd wahrscheinlich Oder hat das eine Auswirkung Ja Ja das hat eine Auswirkung Geil Was hätte ich machen sollen Alles andere wäre halt einfach Selbstmord gewesen Ich hätte das Bündnis früher aufkündigen müssen Ich habe es halt nicht getan Weil Würde es sein könnte Dass es uns noch braucht Hm Ja das hat noch falsche Knopf Ja Ja Scheiße 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 Das heißt ich muss das Vertrauen jetzt wieder erhöhen Machen wir es gleich mal bei Schwaben Aber das erholt sich sobald das Ding wieder weg ist Ah Moment das könnte Wie hoch ist die Ich hasse es Oh das bei die Hose kacken Was wieso ist denn der schon wieder weg Was sind das immer wieder hier Was ist denn das Du sollst die Handelsbegriffe überklagen Junge Hab ich den abgezogen Oder wurde der rausgeworfen Warte mal Selbst ohne das Vertrauen Mal kurz 64 Aber ich kriege kein Bündnis Verdammt Ich kann ja kein Bündnis mehr jetzt machen Scheiße Ich könnte nie da annektieren Hm So No Vielen Dank.